Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Spanien und der All Nations All in Kampagne. Wir haben kurz vor Ende von Tag 1 und das hier ist eine portugiesische Infanteriedivision auf dem Weg nach Madrid, unsere Hauptstadt. Das sollte aber okay sein, denn wir haben in Madrid zum Glück eine kleine Verteidigung organisiert, die wir dort halten. Wir werden eventuell unsere tolle Kaserne und unsere tolle Werkstatt verlieren, aber ich denke, wir werden zumindest hier überleben können. Denn leider ist ja Badajos gefallen, das war ja mehr oder weniger zu erwarten, auch die Festung konnte das nicht aufhalten. Und dadurch eben jetzt dieser kleine Einmarsch hier in unser Kernland, aber insgesamt war das ja durchaus etwas, mit dem wir gerechnet haben und somit keine so große Katastrophe. Denn zum Glück hält auch Sevilla soweit und ich denke, Sevilla wird auch generell überleben. Wir haben nun auch 12.000 Einheiten, sie haben insgesamt 10.000, davon kommen 8.000 erst in 4 Stunden an. Also ich denke, das ist okay, das wird halten und auch Salamanca hat gehalten, sogar sehr gut. Die Festung hat viel geholfen, wir haben dort alle Truppen zerstören können, über 20.000. Und Santiago, ja, das ist leider ein Problem. Santiago wird leider fallen, denn wir hatten versucht, das zu halten mit gerade mal etwas mehr als 8.000 Truppen. Ich glaube, 10.000 hatten wir dort gehabt und dann haben sie aber Truppen von Oporto, die eigentlich nach Salamanca gehen wollen, wieder umgedreht und nach Norden gelaufen und haben dann uns da ein Stück weit überrascht. Und wir hatten einfach keine Reserven, nicht auf die Distanz und konnten da nicht helfen. Das heißt, Santiago wird auch fallen. Aber, das sollte kein Problem sein, denn wie ihr sehen könnt, wir sind bereits dabei, hier in das feindliche Gebiet gegen vorzustoßen. Wir werden Oporto einnehmen in wenigen Stunden, in gut 13 Stunden immerhin. Wir werden aber auch Badachos zurück einnehmen, wir haben noch 11.000 Truppen hier in Reserve. Die werden dann wahlweise Burgos verteidigen, falls die weitergehen, oder Salamanca verteidigen, falls die hier langgehen. Und dann vermutlich dann morgen gemeinsam mit den Truppen aus Oporto einen Gegenangriff starten auf Santiago, falls sie dort noch bleiben sollten. Das heißt, Santiago wird wieder zurückerobert werden, keine Sorge, wir haben genug Truppen da. Badachos wird fallen, Sevilla wird stehen, die Truppen werden zerstört werden und auch die Truppen bei Madrid werden zerstört werden. Das heißt, Portugal wird in wenigen Stunden nur noch hier diese etwa 8.000 Truppen haben, mehr nicht. Das heißt, der Rest des Landes kann dann heute Nacht und morgen fallen und Santiago wird dann auch gesichert werden. Also kann ich verkünden, wir haben diesen Krieg gewonnen, auch wenn es gerade ein bisschen blöd aussieht. Und wir werden hier auf jeden Fall siegreich raus hervorgehen. Wir haben auch unsere Allianz mit Frankreich. Das war ja ein großes Ziel von uns. Die haben sich mit uns alliiert. Sie haben kein so großes Militär und stehen auch immer noch an unserer Grenze. Aber sie haben zumindest unsere gemeinsame Karte angenommen, stehen jetzt hier an der Grenze mit Deutschland und mit den Niederlanden. Mal schauen, was da passieren wird und ob sie das, ja, was sie da machen werden. Sie haben natürlich jetzt kein sehr starkes Heer da oben. Viele Truppen sind auch hier im Süden in Algerien und in Tunesien. Also mal schauen, was da genau der Plan ist. Sie werden im Norden ja eher Probleme bekommen sogar. Also die Niederlande könnten durchaus hier in Angriff starten und das sogar gewinnen. Besonders zusammen mit vielleicht der Schweiz oder Deutschland könnte da durchaus was passieren. Also mal schauen, was da genau gemacht wird. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Sie bauen bislang auch noch keine Gebäude. Sind zwar aktiv, aber machen nicht viel. Also ja, die Allianz ist etwas riskant. Wir werden mal sehen, was passiert ist. Es gab bislang noch keine attraktive Koalition, bis auf vielleicht jetzt der kalte Norden. Eine Koalition aus Deutschland und Schweden. Das könnte durchaus was für uns sein. Ich habe aber auch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht einfach auf Solosieg zu gehen. Denn ich denke, wir könnten das machen. Wenn Frankreich jetzt nicht ganz so aktiv ist, dann könnten wir uns erstmal ein bisschen sammeln, produzieren, Moral generieren, dann Marokko einnehmen und dann könnten wir mal schauen, wo Frankreich dann denn gerade so steht. Und wenn sie inaktiv sind, dann könnten wir das eventuell ausnutzen und dann eben Frankreich einnehmen. Und dann wären wir auf einmal das mit Abstand größte Land der Welt. Also mal schauen. Ich denke, da ist durchaus eine Möglichkeit da für einen Solosieg. Wir werden mal schauen müssen, genau. Es könnte sein, dass es nichts wird, weil es ja auch bereits Koalitionen gibt. Und hier die Briten, das Osmanische Reich und Österreich werden sicher sehr stark sein. Auch der kleine Balkan hier ist sicher sehr powerful. Deutschland, Schweden auch keine schlechte Koalition hier. Also mal schauen. Aber ich denke, da gibt es durchaus Möglichkeiten für einen Solosieg für uns. Wir würden übrigens auch erkannt von dem Osmanischen Reich. Die haben mich angeschrieben, dass sie mich kennen. Das heißt, da haben wir bereits die ersten Nachteile des deutschen Servers erkannt. Aber ist natürlich kein Problem. Das sollte uns ja nicht viel tun. Ist ja alles auch okay so. So, wir haben auch ansonsten bereits begonnen mit der Produktion von zwei Panzerwagen. Nämlich einmal hier in Madrid, bereits etwas früher. Der Panzerwagen in Burgos, der wird fertig sein in 13 Stunden. Das heißt, dann haben wir Panzerwagen, die erstmal gar nicht so viel tun werden. Denn die Verteidigung ist ja bereits geschafft. Außer Burgos wird angegriffen. Und dementsprechend werden die vermutlich einfach nur dann eben einen Renn starten nach Lissabon und nach Lagos, um das einzunehmen. Und dann eben uns dann den Moralbonus einer so tollen Hauptstadt präsentieren. Genau. Und wir werden dann auch beginnen mit dem Bau von Kavallerie. Und zwar von sehr viel Kavallerie. Ich werde auch dann in Burgos noch eine Kaserne bauen. Ich denke mal, ich werde mal hier auch diese Festung abbrechen tatsächlich. Weil ich denke nicht, dass wir die noch brauchen. Wir sind hier jetzt eigentlich ziemlich safe. Wir haben hier kein Problem mehr. Wir können auf jeden Fall Burgos auch verteidigen mit den Truppen aus Alamanca. Wir können die Truppen aus Madrid auch abziehen. Und die dann später nach Burgos schicken. Also wenn ein Angriff kommt, mache ich mir keine großen Sorgen. Da brauchen wir keine Festung für die 1.000, 2.000 Verluste. Das ist okay. Und dann sparen wir uns lieber die 2.000 Stahl dafür. Genau. Wir können dann auch ab morgen ja Häfen bauen. Das heißt, wir schauen da mal, ob wir da noch was aufsparen vielleicht. Wir könnten uns durchaus mal einen Hafen leisten. Ich denke dann vermutlich in Malaga. Und dann in Malaga noch eine weitere Fabrik bauen. Dann für Tag 8. Dann hätten wir da zum einen eine gute Verbindung nach Marokko. Aber auch dann die Möglichkeit, Schiffe zu bauen, die wir auch dringend brauchen werden hier in der Runde. Denn da wird einiges nötig sein. Von daher schauen wir da mal. Aber ich denke, insgesamt geht es uns jetzt wirklich sehr gut. Wir haben uns abgesichert diplomatisch. Wir haben keine gefährlichen Grenzen. Der einzige große Konkurrent Portugal ist besiegt. Marokko kann uns nichts. Und ja, damit haben wir unser Early Game, denke ich, richtig gut überschaut. Verstanden. Ich muss sagen, Portugal hatte zwar durchaus eine Chance. Ich weiß aber nicht ganz, wie sie es hätten gewinnen können. Ich glaube, sie hätten einfach defensiv spielen müssen. Sie hätten versuchen sollen, mich reinzulocken. Quasi so tun, als wären sie inaktiv. Als würden sie nicht da sein. Als würden sie nicht reagieren. Und mich dann in größeren Schlachten in ihren Provinzen, am besten mit Festungen, irgendwie binden. Und mich dann gegenang greifen. Das hätte klappen können. So allerdings haben sie einfach ihre Truppen weggeworfen. Sie werden zwar Schaden machen. Verzeihung, da musste ich gerade ein bisschen husten. Sie werden zwar Schaden machen. Aber sie konnten natürlich nicht durchbrechen. Sie konnten nicht unsere Linien zerstören. Sie haben zwar Badachos eingenommen. Ja, auch die Festung, die sie hätten halten können. Aber insgesamt, es war ein bisschen zu ambitioniert. Hat einfach nicht sein sollen. Wir müssen noch mal ein bisschen unsere Ressourcen umstellen. Das passt gerade nicht mehr so ganz. Ja, Gas ist wirklich ein bisschen schlecht. Wird auch nicht besser werden durch den Verlust von der Kohle in Santiago. Wir werden mal hier ein bisschen umstellen, dass wir mehr Getreide bekommen. Klar, Badachos wird wieder fallen. Aber aktuell für die nächsten 10 Stunden würde ich gerne kein Minus im Getreide haben. Und wir schauen mal ganz kurz uns den Markt an. Denn wir haben ja jetzt relativ viel Geld. Und das bedeutet, ich würde sagen, wir kaufen mal ein bisschen was an Stahl hier auf. Auch ein bisschen Holz. Wir könnten sogar noch mehr kaufen. Das kostet 20.000. Und das hier kostet auch sehr viel. Weil ich würde ganz gerne ein bisschen mehr mich eindecken mit Ressourcen. Auch Öl wäre eine ganz gute Sache. Denn wir wissen ja, auf den kleinen Karten geht das schnell aus. Und der Marktpreis wird sehr teuer. Und auch Getreide würde uns ganz gut zu Angesicht stehen. Wir tun das mal. Wir kaufen mal ein bisschen Getreide. Genau. Und dann würde ich sagen, brauchen wir hier eigentlich nichts mehr. Verkaufen können wir gar nichts. Nichts ist irgendwas wert. Noch nicht. Das kommt bald noch der Preis-Increase. Das ist immer so eine Inflation hier. Sobald dann eben Tag 8 kommt und dann die Öle gebraucht werden und so, dann steigt der Preis meistens stark an. Gerade auch die ganzen KIs dann sterben. Und die Leute ihre Sachen nicht auf den Markt stellen. Dann steigt der Preis sehr schnell an. Genau. Ich denke aber, das war es dann von heute. Wir haben hier Erfolg. Wir werden weiter vorrücken. Wir werden uns weiter hier ausbreiten. Und dann morgen werden wir die letzten Stunden erleben von Portugal und deren Versuch, uns zu besiegen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir werden uns weiter. Wir werden uns weiter. Untertitelung des ZDF, 2020